Guten Guten von VfN Gokum und FC Kaiserslautern. Gokum und FC Kaiserslautern. Das war's für heute. Aus der 2. Deutschen Bundesliga VfL Bochum 1848 und aus der 3. Bundesliga den 1. FC Kaiser-Blautern. Ebenso eine erste Luz an das Schiedsrichter-Priot. Applaus 21. Robert Tesche 24. Timo Pertel 26. Gürken Saglam 27. Milos Bantovic 29. Maxim Leitsch Die aussetzten Spieler mit der Nummer 2 Tim Vogland mit der 3. Ein ehemaliger Spieler von Austria-Luznau Danilo Soares mit der 13. Sidney Sem